Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs hinlegen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Legt hin. Legte hin. Hat hingelegt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich lege hin. Du legst hin. Er legt hin. Wir legen hin. Ihr legt hin. Sie legen hin. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich legte hin. Du legtest hin. Er legte hin. Wir legten hin. Ihr legtet hin. Sie legten hin. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe hingelegt. Du hast hingelegt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich lege hin. Du legt hin. Er lege hin. Wir legen hin. Ihr leget hin. Sie legen hin. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich legte hin. Du legt es hin. Er legte hin. Wir legten hin. Ihr legtet hin. Sie legten hin. Den Schluss macht der Imperativ. Lege hin du. Legen hin wir. Legt hin ihr. Legen hin sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb hinlegen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Ich habe diesen Daumen nach oben geblieben. Untertitelung des ZDF, 2020